Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video-Kanal und heute geht es darum, das Giveaway ist vorbei. Komischerweise hatten wir nur zwei Teilnehmer, die aber direkt mit vollem Einsatz herangegangen sind, jetzt ist es auch sehr klar, zwei Verpreisen wurden gezogen. Das heißt, ich werde demnächst, also die Gewinner sollten eigentlich ihre Keys inzwischen bekommen haben, bis sie hochgeladen ist, jetzt sind sie noch nicht versteht, aber es sollten die Keys eigentlich noch wieder rausgegangen sein und ja, ich verstehe nicht, warum wir zwei Leute mitgemacht haben, hat der Rest das irgendwie nicht gecheckt oder so oder, war ich das System irgendwie zu komisch? Keine Ahnung, ich könnte es mal unten reinschreiben, weil eigentlich war das eigentlich komplett einfach. Ich war einfach nur hier so zack, gehst hier drauf, klickst, ja ich weiß, klickst dann quasi auf Whitehead und öffnet sich das und dann kriegt ihr da vor allem zwei Punkte. Und schon habt ihr auch Teilnehmer, ich verstehe nicht, aber ja. Auf jeden Fall kann leider jetzt nicht sehen, wer gewonnen hat, oder? Nee, das ist ja nicht wirklich. Aber die Leute, die gewonnen haben, wissen ja dann, ihr könnt ja unten einfach reinschreiben, was ihr gewonnen habt, vielleicht mit einem Skinshot von dem Gewinn-Dinger. Und ja, ich sage, das war's ein kurzes Infovideo. Zwei Leute haben nur mitgemacht, deswegen bleiben drei Preise für mich übrig, und ja, ich sage, macht's gut, bis nächstes Mal und ciao, Leute.